100.000 Also was ich ja noch gerne hätte, wären die Zielgruppen So Jetzt haben wir noch Zielgruppen technisch, war ein wenig was So Jetzt werden wir erstmal Spieleberichte erstellen und nochmal für das Spiel Dann hoffe ich doch mal, dass das klappt Yay So Neues Neues Spiel entwickeln Kinder, alle, Erwachsene, alle Erwachsene Genau, wir machen Erwachsene Und zwar Ninja Rollenspiel Für den PC Engine 1 Okay Kombination Simulation Strategie Abenteuer Action So ein Spiel Die V2 Ich hoffe, das wird doch mal langsam ein wenig was werden Lineare Erzählung und gespeicherte Spielstand auf jeden Fall Da habe ich noch gar nichts Ich kenne die Konsole nicht Kennt ihr die? Ich kenne sie wirklich überhaupt nicht Äh, ich habe gerade irgendwas angeklickt Angeklickt Tut mir leid Ich habe jetzt überhaupt nicht aufgepasst Grafik ist wichtig, ja Hm Ich habe leider nichts, wenn ich die Grafik machen kann Wir glauben Anspruch für den Spielanteil wünschen und gehen gerne ein Risiko ein Oh Ach, was ist das? Das ist ein Jugend... Hä? Warnung, den Konto ist im roten Bereich Ja, ich weiß, ich gehe nach Bankrot Bitte, ich brauche ne gute Bewertung, 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 bitte Gott sei Dank. Wow. Sehr wichtig zu sein, Plattform. Hier kommen Einstimmungen. Großartigen. Oh, da haben wir ja Glück gehabt. Einstimmungen. Gut. Da haben wir ja Glück gehabt. Aber jetzt will ich mal Gefängnis. Genre wählen. Simulation. Großartige. Für den PC. Nee, nicht für die G64. Für den PC. Spiel Engine 1. Nochmal kurz zurück. Für alle. Weiter. Starten. Ja, das lassen wir auch mal ausgeklärt. Ich will sowas wie so ein Simulator bauen. Wie Prison Architect. Dialoge sind natürlich nicht so wichtig. Das ist klar. Wie Prison Architect oder sowas. Ich hab schon einige Spiele im Kopf, wo ich da immer ein bisschen ausverteilen, äh, mit, äh, mit. Versuch nachzumachen. Grafik, naja. Gut. Schauen wir mal, wie es läuft. Die Bugs müssen natürlich noch raus. Neue Forschung. Kausal Spiele. Markt genommen. Markt genommen. Marktanteil. Das ist ja nun gegenüber dem PC. Hersteller langsam Marktanteil verliert. Er erklärt. So, um ihm nicht geschaffter, Betäubung wieder auf den Markt zu bringen. Um sich gegen die neue Forschung zu behaupten. Oh, Glück gehabt, dass der einen Bug noch raus hat. Zweimal neuer Rekord und Levelaufstieg in der Grafik. Spiel veröffentlichen. Sieben unterhaltsam. Sieben wunderschön. Acht, ich liebe es. Sehr unterhaltsam. Und nochmal die Bewertung. Achtziehen ist übrigens das höchste an Bewertungen. Ähm. Natürlich erstmal wieder ein Spielebericht. Ich muss mal kurz meine Freundin fragen, wann sie denn kommt. Okay, ähm. Weil dann weiß ich auch circa wie lange ich aufnehmen kann. Das ist ein bisschen reingeschoben gerade. Äh, Spielewelt ist anscheinend nicht sehr wichtig zu sein. Okay. Äh, ähm. Ich kann ja jetzt mal ein wenig forschen. Und zwar ein Mono-Sound. Wann? Kommst du circa? Nivento Handheld-Konsole. Aha. Der Garmeling. Für den Gameboy. Dun-dun-dun-dun-dun. Mono-Sound ist fertig. Äh. Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Dann machen wir auch gleich hier noch Spiele-Tutorials. Dass wir mal ein bisschen forschen können. Ich glaube, vielleicht werde ich sogar noch... Ha, ne, noch eine neue Engine lohnt sich doch noch nicht, oder? Lohnt sich noch keine Engine. Ne, lohnt sich nicht. Müssen wir mal gucken. Ich muss auch mal mein Mikro irgendwie ein wenig umbauen. Das ist irgendwie immer so ganz nervig im Weg. Ich hätte es gerne ein bisschen anders da. Ich weiß auch nicht wie. Muss ich mal gucken. Wenn ich das so... Das bringt auch nicht viel. Clicker Heroes. Hey, hey, Jamer. Ähm. Ne, lohnt sich noch nicht. Neues Spiel entwickeln. Und zwar, was nehmen wir denn diesmal? Nehmen wir mal wieder ein Game Dev. Und zwar eine Simulation. Großartiges Ding. Und wir wissen ja... Entwickler kosten 30, 30, 20, 5. Machen wir da. Spiel Engine 1, 35.000. Ja, komm. Ich krieg langsam bei sich den Kopfschmerzen weg ich grad. Aua, aua, aua. Mal vorhin ein bisschen. Ich war vorhin mit meiner Freundin in Mittagbrunchen. Das erste Mal. Dialoge sind nicht wichtig. Haben wir ja schon rausgefunden. War ich mal mit meiner Freundin im Brunchen? Das ist auch mal was Interessantes. War noch nie Brunchen. So. Also eigentlich war es eher ein Frühstück, weil wir ja erst spät aufgestanden sind. Ich bin dann heute zum Friseur geworden. Habe mir die Haare schön machen lassen. Dann will ich, äh, mein Tagesablauf heute wird auch so sein. Ich werde jetzt Game Dev. Der Icon aufnehmen. Wir werden einen Vlog aufnehmen. oder einen Vlog aufnehmen. Äh, wir haben, ah, Level Design, künstliche Intelligenz und die 2D-Grafik haben wir in Aufstieg. Cool. Level Editor. Spielewetterung kommt rein. Sieben. Gutes Spiel. Acht. Nette Erfahrung. Sieben. Sehr unterhaltsam. Okay, wir haben uns wirklich gebessert. Spielebericht natürlicher schnell. Wir haben erst zehn Spiele. Okay. Schon gedacht, wir haben mehr. Marketing. Erforschen wir doch gleich, oder? Sound scheint für sehr wichtig zu sein. Thema T-Gruppe Game Dev.